jo leute und damit willkommen zurück zu minecraft material energy mit slash mit endos infakten nachdem wir einen kurzen cut gemacht haben machen wir hier gleich weiter ja gut man muss ja jetzt sehen das ist ja schon wieder sehr nächste folge wieder ja theoretisch für alle also wir machen einfach nur gerade weiter weil es süchtig ist und centus alles auseinander nimmt da wie ein irrer ja es geht die kiste voll die kiste ist voll welche die den ärzten ich mach die gerade mit dem das wo das ganze das ist umladen ja da hatte ich gerade um hatte ich in der hatte ich in der ein kiste in der ja keine ahne welche gerade um sie schon welches eisenzeug das ist ja außerhalb ist jetzt ganz rechts die dritte von oben das reingelangert jetzt den tast ja alles jetzt sind doch gleich wieder ne kein bock flash hat keine lust ganz wieder ja ja es sollte eigentlich gleich weiter geschmolzen oder geschmolzen werden wie kriegt er jetzt energie heraus das ist die frage ich bring grad die leeren energie zels mit die hier in dem boden gelassen worden ja und ich frage wie ich wie man aus dem system da was reinkriegt hm du bist behindert ne ach so auf jeden fall nicht verbinden sich die beiden spackos die verbinden sich die beiden spackos ah strom pass auf jetzt ist da massenweise strom drin oder woa centros komma nach unten was denn wot de faaaack ey ne wie geil feier ich wenn du da mal in die Ebene reingehst musst du aufpassen sonst hättst du mal runter bist du ganz unten ganz unten ja gucken ob der mit 50 auskommt hallo hier guck mal hier du fuck was machst du da das ist das das ist für alchemie guck doch das ist für alchemie hier ja meinst du ich das jetzt gerade angeschlossen habe ja hier sind noch so du hast da alchemie gemacht oder gehört das hin nein das war da dran die ganzen dinge ich weiß ich hab die ganzen sorten dafür guck doch mal wie viel das ist ok ich mach doch nicht so viele bildschirm hast du einen hasch mich oder so ja mit dem bildschirm weiß ich doch wo achte ok hier hab ich noch die resonanz cells bei der strom wird doch nicht dauer auf titan hier oder keine ahnung wie der das macht warte mal soll ich mal eben nochmal kappen und gucken ob die sich so ein ding auflädt warte mal ne 0% mal gucken ob der strom verbraucht er verbraucht strom aber warum ja wobei die dauerhaft angeschlossen sind deswegen nee das ist der grund naja das system ist aus gerade nee das system war an eben wo ich geguckt hab noch ja es hat noch es hat noch energie noch es braucht nur 25,8 megajoule ok dann halten wir das auf dem minimum 25 nochmal 26 das hält das aus oder 44 ok er hält es gerade auf dem minimum aha müsste aber laufen ja läuft er hält es gerade wirklich auf dem minimum staunch cluster staunch busse ok einschließen wir hier an ach das ist so ein peta form ok den brauchen wir ja nicht hier fahrts glas das brauchen wir ja auch nicht hier ein tiny team brauchen wir auch nicht hier und nur wenn ein high ist dann darfst du arbeiten ja dann muss ich das mit dem tesse weg hier anschließen da rein pumpen oder ich mach kabel 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 ja das ist auch natürlich alter ich hab doch da extra so im vakuum dinge geschmissen das ist ja das nicht anzieht mhm komisch da zwei chests einfach mit in den raum packen ja kein warum auch ist mir egal ist mir egal ist mir egal ist mir egal ja ich boxe centus jetzt da runter oh du wichser hab ich doch gesagt ich boxe nicht da runter mhm in dem moment hast du schon grauen du Affe äh over a quarter full ok also über ein viertel und wir brauchen noch glowstone yolo du bist behindert yolo behindert yolo behindert yolo behindert yolo ne das wüsste ich du weißt das ja also passt das doch obsidian obsidian wie man auf einem harde net ach pulverweist ach scheiße oh die klau ich jetzt erstmal raus was die äh enderidium ingots die brauchst ja nicht mehr hier raus oder nö verbisste hier herz ich brauch pulverweist viermal scheiße ich brauch noch mehr ja oder ist da noch harde net drin haare net hd net kein strom hallo hast du grad das hm hä und 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 jetzt kommt das system hallo system hä warum verbraucht das denn grad so viel strom hast du da irgendwas angeschlossen ach nicht so viele dran schließen alter ach oh sag das doch dann muss ich den strom erhöhen denkst du was ich denn mach ach ja dann bringt das doch nix ja dann bringt das doch nix haut da sch- hat er mehr dinger dran verbrauchen wir nicht alle ich brauch auch noch welche hier was von den dingern die die hier grad rein tun in die kisse damit ich unten welche auch entstellen kann 130 sticks lol woher wir haben wir im der in der in der in der in der wieder in der der in der indian Sankonit Sankonit Sankonit, haben wir noch? Irgendwas so rumliegen? Bestimmt mit dem in der Hand, ne? Hm? Hast du noch Sankonit? Oder hier drinnen? Sankonit Ah ne, das ist ein Block, ok Ah Sticks, nein! Ist dem jetzt aus Stick 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 Was war das? Hm? Was war das? Gar nix Ok, wenns gar nix wäre, was warst? Spacken Spacken Äh, jetzt brauche ich mal noch ein bisschen Obsidian ab Da hat jemand was geschieselt Hm So Ähm Da hab ich weg rausgenommen Ja hab ich nicht Ach, kein Strom Oh Haben wir jetzt hier noch Minas dran, den ich nicht mehr abschlucken kann Hepp, hepp Oder bestimmt irgendwo noch Hä, da hatten wir Minas vielleicht haben wir Oh super Minas dran, nice Das haben wir auch Haben wir auch Ob System Mesa Curens 20 Stück Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Set Ist er noch mal im pissvoll Modus Immer im pissvoll Modus Hachde nicht.